Jeder einzelne Waschtank ist mit einem aktiven und permanent arbeitenden MyQ-Filter ausgestattet. Speisereste und andere Schmutzpartikel werden während des Spülprozesses kontinuierlich herausgefiltert und in einem Filterkorb gesammelt. Dieser wird zyklisch mit Tankwasser ausgespült und die Speisereste werden dadurch aus dem Waschtank befördert und gelangen automatisch in das angeschlossene Abwassersystem. Durch diesen Vorgang ist ein ständig hoher Reinigungsgrad des Spülwassers gewährleistet. Durch den Einsatz von optimierten Waschpumpen und verbesserten Spülarmdüsen konnte der Waschdruck erheblich gesteigert werden. Daraus resultiert eine um 30% verbesserte Spülleistung. Das MyQ-Air-Konzept basiert auf einer innovativen Luftführung innerhalb der Maschine. Die Luft zirkuliert entgegen der Arbeitsrichtung, das heißt vom warmen Reinbereich zum kalten Unreinbereich. Eine Kontamination des Spülguts wird dadurch verhindert und die Wärmeenergie verbleibt in der Maschine. 100% Hygienesicherheit. Sämtliche Spülprozesse können sicher vom gläsernen CC-Touch-Bediendisplay aus gesteuert werden. Die integrierte Systemdiagnose gibt dem Bedienpersonal schon beim Einschalten den vollen Einblick. Dynamischer Fortschrittsbalken und Statusanzeige in Klarschrift kommunizieren Prozessdaten und die Bereitschaft der Maschine für höchste Verfügbarkeit im Spülbetrieb. Das MyQ-Luftführungskonzept ist Basis für eine kompromisslose Hygienesicherheit bei vollständiger Dienkonformität und höchster Energieeffizienz. Das MyQ-Air-Konzept, unser bewährtes Wärmerückgewinnungsmodul, macht einen direkten Abluftanschluss überflüssig und sorgt für niedrigste Emissionen. Mycos Hygieneperformance, zum Beispiel durch die effektive Inaktivierung des SARS-CoV-2-Virus, ist bestätigt und von führenden Hygieneexperten zertifiziert. Alle Zertifikate zusammen mit weiteren Informationen zu unserem MyQ-Hygieneportfolio finden Sie unter www.myco-global.com. Die Wärmeenergie effizient während des gesamten Spülprozesses zu nutzen, ist ein wichtiger Bestandteil. Dabei unterstützt ein neu entwickeltes Wärmerückgewinnungsmodul, welches die Wärmeenergie der Abluft nutzt, um das Tankwasser, die Trocknung bzw. das Klarspülwasser entsprechend zusätzlich aufzuheizen. Das führt zu einer erheblichen Reduzierung des Stromverbrauchs. In Verbindung mit dem aktiven MyQ-Filter-System wird der Wasserverbrauch sowie die Verbrauchsmengen von Reiniger- und Klarspülmitteln reduziert. Im Ergebnis ergibt sich eine Gesamteinsparung von bis zu 30% im Vergleich zu bisher eingesetzten Spültechnik. Das Selbstreinigungsprogramm am Ende des Spülprozesses reduziert den Aufwand des manuellen Reinigens und spart somit Personalkosten. Myco setzt auf nachhaltige Produktlösungen. Mit minimalem Einsatz von Energie und Wasser kommt die MyQ zum Ziel. Das Ergebnis wird nicht nur mit hygienischer Gründlichkeit und optischer Präzision erreicht, sondern auch in vollständiger Dienkonformität. Am Ende des Spültages wird die MyQ unter intelligenter Verwendung des vorhandenen Tankwassers gereinigt. Für ihren optimalen Wirkungsgrad wird gleichzeitig die Wärmerückgewinnung automatisch gereinigt. Mit nur einer einzigen Füllung der Pumpenklarspülung wird die Verschmutzung komplett ausgetragen. Lediglich die durch das Blue Concept blau gekennzeichneten Teile müssen manuell gereinigt werden. Nach den automatischen Vorarbeiten geht das bequem, gründlich und vor allem zeitsparend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017